Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 24. Mai. Teures Parken für Azubis in Darmstadt, doch keine Kinderansprecher in Südhessen und Wetterexperten rechnen mit Rekordsommern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Parken für 2 Euro die Stunde? Das ist für einen Azubi an einer Berufsschule in Darmstadt ganz schön viel Geld. Zumindest an der Außenstelle der Friedrich-List-Schule in der Hilpertstraße in Darmstads Westen ist es so teuer. Denn hier gibt es zwar ein Parkhaus. Doch das gehört einem privaten Investor und kostet eben 2 Euro pro Stunde. Viele Azubis an dieser Schule sind allerdings auf ein Auto angewiesen, denn sie kommen aus anderen Ortschaften. Der Schulleitung ist das Parkproblem bekannt. Auch für die Lehrkräfte sei die Parksituation im Bereich der Außenstelle prekär, heißt es. Für die etwa 700 Schüler bleibt zum Parken nur das private Parkhaus. Da riskieren einige einen Strafzettel oder parken günstiger am Marienplatz, dafür mit einem Fußweg von 20 Minuten. Zwar verbindet der Karbus die Berufsschule mit Hauptbahnhof oder Luisenplatz. Doch der ÖPNV ist eben nicht für alle Berufsschüler der Außenstelle sinnvoll. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, hat zum bundesweiten Protesttag aufgerufen. Am Mittwoch, 14. Juni, werden auch in Darmstadt Apotheken geschlossen bleiben. In Darmstadt sind wir, Stand heute, ziemlich geschlossen dabei, sagt Dr. Christian Ude von der Sternapotheke an der Frankfurter Straße. Es wird jedoch einen Notdienst geben, um die Arzneimittelversorgung zu gewährleisten. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, wenn sich jetzt nichts ändert und wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach weiter so ignorant mit uns umgeht, dann werden die Menschen das ganz schnell spüren, erläutert Ude auf Nachfrage die Motivation. Die Anliegen und Probleme der Apotheken würden von den Politikerinnen und Politikern immer wieder übergangen. Die Folgen seien Lieferinpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. Wir blicken nach Südhessen. Es hat wohl in den vergangenen Wochen gar keinen Mann gegeben, der Kinder in verschiedenen südhessischen Kommunen angesprochen hat. Zu dieser Erkenntnis ist das Polizeipräsidium Südhessen in ihren Ermittlungen gekommen. Anfang Mai haben sich vermehrt besorgte Eltern an verschiedene Polizeistationen in der Region gewandt und Fälle von Kinderansprechern gemeldet. Zudem beobachtete die Polizei, dass entsprechende Meldungen über die sozialen Medien viral gingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ausgeschlossen werden, dass es eine Person gibt, die sich Kindern genährt hat, sagt Polizeisprecher Sebastian Trappmann. Keine der Meldungen aus Rheinheim, Reichelsheim, Dieburg, Oberramstadt sowie anderer südhessischer Orte habe sich verifizieren lassen. Die Angst der Eltern sei aktuell wohl unbegründet, bei allem Verständnis, die die Ermittler für die Sorgen haben. Zum Sport Wo liegt der Schlüssel zum Erfolg des SV Darmstadt 98? Der Schlüssel zum Aufstieg der Lilien liegt in der Einheit und Stärke der Mannschaft, betont der sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Der sportliche Leiter ist der Architekt des Erfolgs, schließlich hat er den Kaderhaupt verantwortlich zusammengestellt. Die taktische Umstellung von einer Vierer auf eine Dreierkette wird ebenfalls als entscheidender Faktor genannt. Außergewöhnlich findet Abwehrchef Christoph Zimmermann den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Wir haben so viele enge Spiele gehabt, die wir häufig für uns entschieden haben. Das kann man nur mit einer intakten Gruppe, sagt Zimmermann. Der starke Zusammenhalt und die taktische Umstellung auf eine Dreierkette haben das Team kompakter und schwerer zu besiegen gemacht. Ein Blick auf die Nachrichtenlage in Deutschland Der Mediziner und Autor Sucharit Bhakti, der als Ikone der Querdenken-Bewegung gilt, ist vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Die Anklage hatte dem heute 76-Jährigen zu Last gelegt, auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben. Bhakti hatte Israel unter anderem als Living Hell bezeichnet und im Kontext der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust gesprochen. Der Richter sagte in seiner Begründung, es sei nicht vollständig auszuschließen, dass Bhakti mit seinen Äußerungen nur die israelische Regierung und nicht das Volk meinte. Bhakti war in der Vergangenheit unter anderem als Professor in Mainz und Gießen tätig. Seine frühere Hochschule in Mainz distanzierte sich im Oktober 2020 allerdings deutlich von ihm. Wie wird der Sommer in diesen und den nächsten Jahren? Global gesehen muss sich die Welt wohl auf weitere Hitzerekorde einstellen, denn nach einer Prognose der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Jahr das Klimaphenomen El Nino entwickelt. Und das könnte zusätzlich zum wärmenden Effekt des Klimawandes zu steigenden Temperaturen führen. Die Meteorologen befürchten, dass die globalen Temperaturen in den nächsten fünf Jahren auf Rekordniveau steigen könnten. Mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird El Nino schon im Herbst erneut in der Pazifikregion auftreten, prognostiziert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Laut den Meteorologen besteht eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die jährliche globale Durchschnittstemperatur zwischen 2023 und 2027 für mindestens ein Jahr mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Gude Südhessen Gude Südhessen